Die Dors im Schleif, bitte. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen und zeigen Ihnen zunächst, dass wir Sie Ihrem Sitz gut schließen und auch wieder öffnen können. Ladies and German will like to acquire and save the features of this aircraft and show you how to fasten and fasten your seatbelt. Unser Flugzeug hat sechs Notausgänge, diese mit dem Board Exit gekennzeichnet, Ledge, Treibung, Kabinen, Boden, Zeigen, den Weg dort hin. Our aircraft is six in motion, sea exits, airmarked with a bird exit in case of an emergency. The floor lighting system will direct you to these exits. Seit der Druck in der Kabine senken, fallen automatisch Sauerstoffmassen aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie eine Massen aus Ihrer Halterung heraus und ganz sicher ran. Drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase, danach helfen Sie bitte mit reisenden Klingen. Weitere wichtige Informationen, indem Sie bitte in Sicherheitskarten, die sich vor in Ihren Sitztaschen befinden. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie jetzt auch daran erinnern, dass alle Lufthansa-Flüge nicht Raucherflüge sind. Zum Start stellen Sie bitte die Rückenwind senkrecht und lassen Sie den Tischitzrück begangen für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we would like to remind you to all of tons of flights, non-smoking flights. Please adjust the tables and the back rest of your seats in upright position. We thank you for your attention. Ladies and gentlemen, in the name of Hunter Regional and Star Alliance, we would like to welcome you to this flight. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You can do that. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.